So Leute, ich habe beim letzten Mal gesagt, dass ich das letzte Promopack habe. Das ist auch korrekt, aber wie ihr im Titel schon seht, ich habe noch einen Premium-Promopack rumliegen. Oh Gott, was ist das denn? Die haben bei mir alles so, als wären die irgendwie vom Laster gefallen. Na ja, gucken wir uns das mal an. Die Dinger sind ja relativ cool, aber auch nicht so rund. Oh, dieser Sumpf, ich sehe ihn jetzt schon. Ich finde die Länder ja in voll so richtig hübsch. Was ich nicht so hübsch finde, ist, dass der total zerkratzt ist. Was ist das denn? Das erinnert mich, wir haben vor Ewigkeiten mal so ein paar Skipping-Us ausgemacht, die so richtig hart zerkratzt waren. So sieht das jetzt auch gerade aus. Wenn man das sieht, doch man sieht es hier. Naja. Ja, trotzdem, das Artwork von dem Sumpf ist hübsch. Gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Befehl des Admirals. Die Karte wurde sogar richtig hart gehypt, aber irgendwie wurde die nicht gespielt. Drei Manner-Spontanzauber. Falls du in diesem Zug mindestens mit einer Kreatur angegriffen hast, kannst du ein Blaues bezahlen, statt die Manner-Kosten dieses Zauberspruchs zu bezahlen. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Die Karte ist gut. Ich glaube auch, dass sie im Pionier mehr gespielt wird als im Modern, aber selbst im Modern ist die Karte spielbar und gut. Ich verstehe nicht, warum die Leute sie nicht spielen. Oh Gott. Verwüstendes Brodentodon. Okay. Drei Manner, drei, vier. Für ein Manner kann man jetzt opfern, um ein Artefakt ohne Verzeihung zu stellen. Das ist hübsch. Dieses Frame in den Foil ist echt hübsch. Also wirklich hübsch. Bin begeistert. Und was bist du denn? Oh Gott, dieser Name. Dracuzet, Schlund der Flammen. Sieben Manner, sieben, sieben Fliegen. Klassischer Drache halt. Immer wenn Dracuzet, Schlund der Flammen angreift, fügt er einem Ziel deiner Wahl vier Schadenspunkte zu und bis zu zwei anderen Zielen deiner Wahl drei Schadenspunkte. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Das ist ein guter Drache. Das ist ein echt cooler Drache. Ja, das war das Premium-Muster. Das war jetzt nicht so überragend. Aber was soll's. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blackseat. Ciao, ciao.